Hi, hier ist wieder der Alex von All4Shooters. Ich habe euch heute zwei super tolle Ferngläser mitgebracht, aber um es euch zu zeigen, komme ich doch mal näher. Hier in meiner Hand habe ich das neue GECKO 8x56, wobei ganz neu kann man ja eigentlich nicht sagen, weil die Firma GECKO hat auch schon in den 1930er Jahren Optiken herausgebracht. Das ist ein Modell für den preisbewussten Käufer, da wir hier von einem Preis von unter 700 Euro reden. Wir haben hier eine Magnesiumbauweise bzw. ein Magnesiumgehäuse, ED-Glas und fünf Jahre Garantie, davon zwei Jahre Garantie auf die Elektronik. Hier in meiner Hand habe ich das GECKO Gold 8,5x50. Das ist quasi die Königsklasse der GECKO-Optiken. Wir haben hier HD-Glas, eine GECKO-Drop-Beschichtung, eine exzellente Lichttransmission, Augenmuscheln aus Aluminium gefertigt und insgesamt zehn Jahre Garantie. GECKO-Drop-Beschichtung GECKO-Drop-Beschichtung